ARDEMINO 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 Was gibt Bei dir? Allo, hörst du mal zu! Ich fahr ein fucking fixer Rennen mit! Ich brauch die härteste Sche... Alter, ich brauch die härteste Scheisse, die hast, man! 2500 PS Ist einer am Start! Und du musst nicht streichen, aber... Ohne Scheisse! Ich komme verweig, wie man der Kackerstöter... ARDEMINO ARDEMINO Ich sehe keinen Meter ein... Ciao zusammen! Herzlich Willkommen! Neues Let's Play! Super Peggy ist am Start! Also, wir sind da! Die einen von euch erkennen es vielleicht, die anderen erkennen es nicht... RECFEST! Herzlich Willkommen zu RECFEST! Go, 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 Jungs! Wow! Alle... Innen durch! Innen durch! Ihr seht, links unten haben wir unsere Schattenanzeige... Bei uns jetzt noch 82% Interessant! Und äh... Das wird sich mit der Zeit sicher... Was willst du? Das wird sich sicher ändern mit der Zeit! Interessant wird es sobald nachher... Ohohohoho! Sobald äh... Wir nachher ein wenig verteilt sind auf der Strecke... Und andere Fahrer uns entgegen kommen... Dann wird es mal richtig heiss! Wow! Scheisse! Ah... Zum Glück sind wir jetzt nur noch auf... Nun... Nun... Wir haben ja gesehen, läuft das Ganze so gut wie hierzu... Als bei Apex... Let's do this again! Okay! Haha! Schau dir mal die Scheisse an alle! Jawohl, sehr... Let's do this! Holy shit! Das wird richtig krank! Okay! Wir starten! Ihr seht, das ist scheisse... Ein 8 Mann! Wo es dann abgeht, ist in der Mitte! Ach du heilige Scheisse! Wirklich noch mehr Repairs auf der Karre! Alte Falter sind das viele! Oh shit! Haha! Okay, okay! Kein Problem! Wir machen alle fertig! Ich gehöre keinen Meter mehr, Mann! Okay! In der Mitte hat es immer einen Jump! Wir haben insgesamt... äh... fucking 24... äh... gegnerische Spieler... die da... spielen! Oh mein Gott! Ich fahre wie so einen Obernubalte! Hey, verpisset euch einfach! Jetzt... Hey, was ist los?! Okay! Schöneee! Eliminated! Schon der Erste ist du... Ey! Holy shit, geht das ab! Holy shit, geht das ab! Holy shit, geht das ab! Okay! Alter, ist das ein Chaos da rein! Und der Name ist John Cena! Und der Name ist John Cena! Und der Name ist John Cena! Hahahaha! Holy fuck, Alter! Hahahaha! Riss! Ja was? Press to reset! Er! poi... Die sind das Noobs! Insgesamt noch 60%... äh... Das ist ein Idiot! Oh! Du bist so ein Wichses! Ja! Am besten schon! Verpisset euch! Ihm... Ich bin immer noch gut dabei. Position 18. Wie kann das sein? Aber es sind ja mehr. Das ist verdammt awesome. Ich möchte nochmal. Wir haben verschiedene Maps. Ich denke wir probieren mal etwas Neues aus. Ich glaube einfach mal so ein richtiges... Ah, so Arena mässig. Okay, das probieren wir aus. Natürlich wäre es auch geil, wenn wir noch andere Kerren hätten, aber da muss man natürlich in der Story weiter kommen. Es ist mal eine schöne Erfrischung, das Spiel. Um etwas oben runter zu kommen. Auch etwas die Abwechslung zu geniessen mit dem scheiss Apex. Ich sehe keinen Meter in der Kack. Oh shit. Okay. Ja, komm weg mit den Takedowns, Mann! Ich brauche einen Takedown! Das ist mein scheiss erster Takedown. Leck ist das geil. Ja, Mann! Zweiter Takedown! Oh oh! Oh oh! Vielleicht machen wir mal so einen heissen Rundkurs. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Eine geile Karre. So viele NPCs. Ich bin bereit. Weiter geht's. Start Event. Find! Bring Fua, du Fa- Zuerst mal die ganze h*** Pisten abräumen. So macht man es. Ja komm weg. Weg mit diesen *** F*** Ich fahre in den Wald raus, du Pisser Oh Gott What the f***, Alter? Holy shit, ja am besten Mich nehmen wir auch in gewissen Kreisen Fernando Alonso A little bit squeezing the back Ok Ah, None of these are really long Lets do this Hehehe Wasным problemn Anfängliche Schwierigkeiten gehören dazu Bounce yourself Dschöne Okay. Erste brenzlige Kurve. Bremspunkt erwünscht. Molto bene, mamma mia, mamma mia. Du Lusche, Alter. Okay, 19 Uhr. Das fährt langsam von hinten auf. Was hast du das gesehen, Mann? Vielleicht siehst du Scheisse. Warum sind wir noch hier? Nur um zu zu fangen. Wenn ihr das Spiel kennt oder schon mal gespielt habt, schreibt es in die Kommentare. Und schreibt, ob ihr es geil findet oder nicht. Und dann lassen wir einen Scheiss-Like da, damit ich sehe, dass es heiss ist. Dann mache ich nochmal eine Folge von dem Ganzen, wenn ihr Bock habt. Das war jetzt ziemlich gut. Oh, Rackfest. Das ist lebensgefährlich, Mann. Let's do this. Ich erinnere gerne mal an das Drag-Racing. Holy shit. Okay, ver... Alter, da hinten! Haha! Hey, verpiss dich, Alter! So, das... Einfach weg. Einfach... Sehr gut. Mal... Wieso? Ich glaube, das war es für die heutige Folge Rackfest. Zeigt es mir mit einem Like, wenn ihr es geil gefunden habt. Oder wenn ihr es nicht geil gefunden habt, dann verpiss... Danke vielmals fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Tschüss!